Ich könnte natürlich... Aber mich macht das nervös, dass der uns anguckt. Der guckt grad ins Dorf. Ja. Jetzt haben wir mal Zombies auf den hier tracken. Ja genau. Irgendwie kann ich den hier nicht so stehen lassen. Das ist wenn der steht und ich dann auch sterbe. Nein, nein, nein. Wir müssen, wenn wir an der Küste sind, einmal den Server sowieso wechseln. Ich glaub ich zieh mich einfach mal um. Nein, das ist lustig. Und wer von den beiden ist jetzt wer? Also wer ist der mit der PB19? Ich bewege mich gerne. Also mit der Bison, das ist Ska? Leider in Killing Suit. Brauchst du noch ein Magazin, Ska? Hallo. Hallo, guten Abend. Dann sind wir ja komplett. Also braucht der Ska jetzt noch ein Bison Magazin? Ja, bitte. Warte, ich pack dir welchen Rucksack, wenn du Platz hast. Aber ich würde gern die nehmen, die was nicht gecheatet wurden. Die wurde nicht gecheatet. Ich hab's genau gesehen. Die hat sich gebackt, das war ja ehrlich gesagt ungeplant. Ja, ich geb dir eine von vorne. Die sind eigentlich okay. Beziehungsweise zwei, so fertig aus. Was aus Moralwerten liegen. Bitteschön. Dann würde ich sagen, stürmen wir mal. Ich hab den Map-Marker gesetzt, 8,8 Kilometer. Dann folgt mir mal alle. Alles klar. Alle dem Glatzkopf hinterher. Oh, was ist denn? Was? Warte mal. Der salutiert. Der salutiert? Wem? Das Jillian MacDonald ist das. Verabschiedet der sich grad von uns, oder was? Oh, der guckt mich an. Mit seinen leeren Augen. Mit dem können wir mit dem reden. Der salutiert, Mann. Der heißt Jillian MacDonald. Komm mal zurück. Lass mal lieber... Der schreibt irgendwas, Jillian MacDonald. Der ist jetzt ein Bot geworden. Das ist ein Bot, Leute. Hä, wie geht das denn? Das kann nicht sein. Das kann sein, dass ein anderer Spieler sich da rein gebuggt hat, aus Versehen. Lass mal lieber weg hier. Lass mal weg jetzt. Lass mal weg jetzt. Die zeigen das gleiche Verhalten. Wenn du von ihnen weg gehst, salutieren die. Egal, lass weg von dem Ding und keiner zieht sich mehr um. Ich hab keinen Bock. Weg hier, weg hier. Ich hab mir Angst. Einfach alle mir nach. Ich hab keinen Bock auf so'n Quatsch, ey. Oh, Gott. Der hat rausgezogen. Der hat mir hier nur gelandet. What the fuck is going on? I don't know. Der steht jetzt hier noch bei mir. Rox? Ja, das bin ich. Ich bewundere ihn noch. Einer mit einer AS-50 ist direkt hinter mir jetzt. Das bin ich. Wo ist der Rest? Okay, einmal kurz hier warten, Annie. Willst du ein Jilly-Suit? Scar ist hinter mir. Ich hab noch einen. Hey, young boy. Die Jilly-Suits von Rox sind verflucht. I give you... What are you doing? I give you a... I give you a... Gilly-Suit. Sind wir jetzt alle hier? Haben uns gesammelt? Ich hab hier drei Leute. Scar und Annie ist bei mir. Wo sind die anderen? Drei? Mädels? Jungs? Wo seid ihr? In deinen Rucksack. Gilly-Suit. Also ich stehe mit zwei Leuten hier rum und weiß nicht wo der Rest ist. Gilly-Suit ist einer davon dein Klon. Geht mal in östliche Richtung von eurer Position aus, dann kommt ihr auf uns. Bitteschön! Danke vielmals. Ich würde das nicht abziehen. Wird passiert jetzt irgendwas, oder? Ich will das nicht abziehen. Ja, passiert nicht. Ich hab den auch mal segnen. Ich hab auch gesagt... Du bist schon flogen. Ich hab auch gesagt... ihn ausgezogen hat oder was wenn wir so einen Runde um ein Gott das hat sich irgendwie ein bisschen werkt explodiert gleich was sie mit Granat auf den Kopf gelegt oder die Reise alle da jetzt in den Kampen fehlt noch so gut und ich bin jeder weiß er ist es ist jeder weiß nicht in seiner Kleidung oder können wir durchziehen also Da können wir gucken, wer zu uns gehört. Nicht mehr umziehen, bitte. Beide, also zwei Gillies, zwei Militär und zwei Normale. Genau. So, eins zu weit geht jetzt noch. Kannst du nicht bitte wieder umziehen? Geht das? Nein, keiner zieht sich mehr um. Nein, guck mal, er hat jetzt wieder den anderen angezogen, den Gilliesuit, der er kriegt hat, von raus. Ja, bleibt einfach so. Also wir haben jetzt Erd und DMR, das erkennen wir schon, passt schon. Okay, weiter geht's. Ich bin der einzige Normale hier. Das will was heißen, ne? Damit hast du dir schon eine Kugel verdient, ey. Die Karawane zieht weiter, also... Wir sind eigentlich so voll die Hipster, wir sind eigentlich gegen Normales. Also... Musst du jetzt wohl leider gehen. Was? Ich bekomme kein Bild von euch. Verdammt. Irgendwie vermisse ich meinen Klo. Nein, den wirst du nicht vermissen, ich hab meinen auch stehen lassen einfach im Wald. Ja, wir kommen gleich gleich vorbei bei denen, oder? Was seid ihr für Eltern, einfach eure Kinder im Wald stehen lassen? Das war eigentlich mein Bruder, theoretisch. Mein zweites Ich. Mein Zwilling und mein Sohn. Da sieht man mal wieder, wenn wir gleich noch zwei Schafe finden, in der Klontechnologie forscht man eben nicht. Also falls wir uns irgendwie verlieren, oder irgendeiner die Gruppe verliert, immer Richtung Osten. 8,4 Kilometer, das kriegen wir hin. Werden wir nicht so lange brauchen wie vorhin. Vorhin haben wir uns ja noch Zeit gelassen. Ja, und vorhin haben wir auch noch, äh, uns verloren und den Server verloren. Eben. Möchte noch jemand eine DMR? Ich hab noch einen im Rucksack. Nö. Nö. Nö, ich denke nicht. Ich brauch keine Sniper, ich brauch was Handfestes für einen Nahkampf. Ich hab jetzt zwei Sniper. Du glaubst du, du kommst zu nahe? Zu einer was? Warum steht die da hinten die Crash-Seite? Ach so, ähm, na meistens seh ich die Gegner nicht, nein, das stimmt. Wart ihr beim Helikopter jetzt schon da hinten? Wo? Durch Helikopter. Da rechts von uns. Ist da einer gespawnt? Oh, rechts. Crash-Seite. Heli, Heli, Heli. Okay. Alle rennen wie die bekloppt drauf zu. Da ist der Kuh, da ist der Kuh. Ab zur Kuh. Ja, Rox nimmt die Kuh. Okay. Rox nimmt die Kuh? Nein, ich nehm die doch nicht. Okay, Manu, du bleibst bei mir. Ähm, nein. Ja, nur mit SD schießen. Hä, wieso? Weiß nicht, weil... Wir sind noch zu nah am Airfield für jetzt eine A50. Auf jeden Fall. Wir sind doch nicht nah am Airfield, ey. Doch, sind wir. Wir sind voll die Pussys, ey. Und der Witz. Reiß dich zusammen. Ich nehm M240 alle kaputt, ey. Was los? Ach, Rox. Ja, wenn ich alleine wäre, wären jetzt schon alle tot. Ja, hättest du eine PP19. Ansonsten wärst du tot mit denen. Ne, meine M240, da drücke ich einfach einmal drauf. Zieh einmal von links nach rechts und alle sind weg. Manu und ich bleiben ein bisschen zurück und sliten drauf, falls ihr Spielerbegegnungen habt. Ja, der stirbt komischerweise gerade nicht. Ich muss nachladen, doll. Erlebe ich das auch nochmal. Diese Drecks SD. 50.000 Schuss, ey. Das kenne ich irgendwie von mir. Ich bin jetzt übrigens kein Zombie hier vorne. Da kriecht noch ein Zombie. Nee, wohin? Da kommt jemand an den Hubschrauber herangekrochen. Zombie? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich glaub das ist... Ah, okay, ich glaub das ist Quantum. Wenn er von unserer Seite auskommt, ja. Ja, der läuft. Ich bin jetzt beim Heli. Ja, okay, dann bist du das. Alles klar, du warst ein bisschen abseits, deshalb hab ich mich gewundert. Da liegt schon wieder mal ne Bison, die brauche ich nicht. Ich bräuchte ne Bison, ich bräuchte ne Bison. Ich will auch ne Bison. Weil ich bin echt momentan so wehrlos. Schlagt euch da nicht rum, teilt das brüderlich auf. Ja, er hat ne M9 SD und ein Maschinengewehr. Wieso mit zwei Magazinen auf der rechten Seite vom Heli beim MG? Ja, ich nehm sie mich, drop die EDM, ja. Ach, ich hätte noch leere Dosen im Angebot. Hammer. Da können wir Zombies mit trollen. Ja, mit, mit. Es liegt da, Painkiller und so ein Krimskarm oder was? Achso, das ist ja das, was du gefunden hast, okay. Ich werf mal einen Blick rein, ob's da was so fort angibt. Leute, ich sehe ne Kuh. Soll ich die wegfahren? Nein. Bist du dir da sicher? Überprüf das lieber nochmal vorher. Sie hat Hörner. Dann kann sie uns auch schließen. Hört sich gefährlich an. Definitiv. Ich könnte den Euter jetzt so wegsnipen. Also nicht wundern, ich bin jetzt der Gilly Suit mit der PP-19, ne? Ich bin jetzt hier fertig und komme hier wieder den Berg runter. Dude, wie viele Magazine hast du noch? Von der was? Von der PP. Vier oder fünf. Kannst du mir eins abgeben, damit ich den Reload backmachen kann? Du hast doch zwei gefunden, allein noch zwei. Fuck. Ja, aber mit einem ist ein bisschen riskant. Dann muss ich nur einmal failen, dann ist es vorbei. Dann komm mal zu mir hier. Ich bin bei dir. Sorry, das war ich. Ich stehe neben dir. Fand ich gut. Anormal. Warte, 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 warte. Klickity-Klick. Der Schreiber hat noch nichts damit zu tun. Alter, wir sind nicht mehr on top. Äh, dein Rucksack ist voll, ne? Ja. Warum sagst du mir das nicht? Ich habe gerade ein Magazin weggepackt. Jetzt ist ein Platz frei. Ne, das Magazin liegt hier hinter dir. Das liegt hier hinter dir. Lol, Leute. Leute, ich wurde teleportiert. Wo? Ja, ich kann das nicht nehmen. Ich bin nicht, Alter. Mach den Map-Marker. Bis zum Dorf? Wo seid ihr? Also, ich muss erst einmal wissen, wo ihr seid auf der Karte. Geh mal ein paar hundert Meter, so 500, 800 Meter vom Dorf aus, Richtung Osten. Auf welchem Dorf? Ja, wo wir gewesen sind, da. Petrovka. Petrovka, setzt da mal den Map-Marker auf dem freien Feld. Wenn wir auf die Map-Grucks rechts davon sind, so Ebenen. Auf der, wo die Straße nicht durchgeht, sind wir. Äh, Quantum? Äh, X-Bit ist wieder oben. Äh, Treiber doch nicht. Wo auf der Karte ist Petrovka in der Mitte? Links, rechts? Ganz oben überm Airfield, wo wir gerade waren. Kommt mich hier mal in den Busch, ne? Ja, ich komm da auch mal hin. Wir müssen ja nicht hier mitten auf der... Ja, wir müssen auch noch auf Manu warten jetzt. Ja, glaubt euch nicht auf mich gewartet. Doch. Okay, kommt Petrovka mal zu. Leute, Petrovka? Ja, dann setz da den Map und schau, wo du bist. Und dann Richtung Osten von Petrovka. Ungefähr 5 bis 800 Meter. Mach einfach mal. Osten? Ja. Ja. Ja.